Hi ihr Lieben, auch wir wenden uns heute an euch. Ich bin Josy, ich arbeite seit einem knappen Jahr jetzt in der Brightside. Das neben mir ist der Konrad, mein lieber Kollege, er ist Azubi hier in der Brightside. Und genau, wir wenden uns heute stellvertretend für das Brightside-Team an euch, weil wir eure Hilfe brauchen. Für uns alle ist die Brightside ein Ort zum Trainieren, aber auch ein Ort, um Freunde zu treffen und vor allem ist es ein Stück weit zu Hause. Damit wir das Ganze auch nach der Krise so weiterführen können, passiert hier gerade sehr viel hinter den Kulissen und wir sind tatkräftig dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Ein Hallo auch von mir an euch. Ich bin der Max, ich bin verantwortlich fürs Schrauben und für die Kurse hier in der Halle und spreche stellvertretend für unser internationales Schraubau- und Trainerteam. Wir sind immer dabei, neue Challenges für euch an die Wand zu schrauben und die euch in den Kursen nahe zu bringen. Und wie ihr auch jetzt sehen könnt, wir sind dabei, unseren Außenbereich zu renovieren, im großen Stile. Und haben euch auch noch eine zusätzlich neue Wand hingebaut, an der wir hoffentlich beitättern können. Und damit wir euch auch in Zukunft neuen Content liefern können, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und ich hoffe, dass wir hier in Zukunft wieder alle gemeinsam bouldern können. Wie zuvor und bleibt gesund. Bis bald.